Yo Leute was geht ab, Zane ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 953 und es wird wirklich krass. Zoro bekommt ein neues Schwert, wir erfahren woher Kaidos Nabe stammt und noch vieles mehr, also bleibt dran. Das Kapitel wird den Namen bekommen, Einmal Fuchs. Es startet mit einem Flashback von Kawamatsu zu der Zeit wo Hiyori ihn verlassen hatte. Immerhin hat sie ihm einen Brief da gelassen. Leider kann ich nicht übersetzen was draufsteht, aber immerhin lässt es Kawamatsu in Tränen ausbrechen. Und oh shit, das eine Gesicht wo er richtig los heult, finde ich doch ein wenig gruselig und das ein paar Wochen bevor IT im Kino läuft. Oh je. Die Szene wechselt zu Zoro, welcher Gyukimaros Blutspur hinterherjagt, sich aber typischerweise wieder einmal verirrt. An der Banditenbrücke währenddessen unterhalten sich Kawamatsu und Hiyori über Ringo. Ringo wurde wohl auch vom Shimotsuki Clan reagiert, genauso wie Hakumai. Der Daimyo von Ringo hatte den Namen Shimotsuki Ushimaru und er hatte wohl einen kleinen Fuchs. In den Spoilern heißt es, dass beide gute Schwertkämpfer seien und wieso der kleine Fuchs und gute Schwertkämpfer ist, dazu kommen wir später. In Ringo gab es die Tradition, dass wenn ein Samurai stirbt, sein Schwert sein Grabstein wird. Es sind wohl sogar Meitos unter diesen Grabsteinschwertern, welche natürlich Diebe anlocken, so wie möglich Geekomoria damals. Kawamatsu erinnert sich an den Namen des Fuchses und zwar Onimaru. Onimaru ist auch eines der 5 berühmten Schwerter der Muromachi Zeit in Japan. Diese wurden auch Tenka Gouken genannt. Doch wieso heißt der Fuchs wie ein Schwert? Kawamatsu hat früher wohl dem Fuchs mal das Leben gerettet und ihm Essen gegeben. Damals hatte Onimaru die Gräber bereits seit 5 Jahren bewacht und alle Diebe bekämpft die kamen. Kawamatsu ging auf die Grabstelle zu und wurde von Onimaru in den Arm gebissen. Kawamatsu erzählte Onimaru untertränen. Ich weiß nicht wie ich dir das erklären soll, aber der Krieg in Wano ist noch nicht vorbei. In 13 Jahren werden die Samurai sich sammeln und zusammen die Biestpiraten besiegen. Diese Schwerter werden dafür nützlich sein. Wenn du mir nicht vergeben kannst, dann nehme diesen Arm. Aber Onimaru ließ ihn los. Danach blieb Kawamatsu dort und stoppte alle Diebe, die Schwerter klauen wollten unter dem Pseudonym Giyukimaru von der Banditenbrücke. Eines Tages ging er in die Hauptstadt um Essen zu holen und wurde gefangen und kehrte für 13 Jahre nicht zurück. Doch jetzt ist Kawamatsu zurückgekommen um die Schwerter die hier versteckt sind zu holen. Auf dem Weg dorthin lief er Zoro über den Weg welcher sich verirrt hatte. Giyukimaru verschwindet hinter einer Tür während Zoro ihn verfolgt. Kawamatsu sagt, dass diese Tür der Eingang zu dem Ort ist, wo die Schwerter versteckt sind. Als sie eintraten sahen sie, dass dort jemand lebte. Giyukimaru, also der, den wir als Giyukimaru kennengelernt haben, versteckte sich im Dunkeln, verwandelte sich zurück in einen Fuchs und ging weg. Ja, der Fuchs von damals ist Giyukimaru. Aber wie zur Hölle kann es sein, dass Giyukimaru und der Fuchs ein und dasselbe sind. Sind das irgendwelche Jutsus? Oder ist das eine Teufelskraft? Choppa Ahoy! Ich persönlich denke aber eher, dass es sich hierbei um eine spezielle Fähigkeit des Fuchses handelt. Denn wie wir wissen haben Füchse in der japanischen Mythologie die Fähigkeit sich zu verwandeln. So wie die Kitsune. Dies ist auch dieselbe Mythologie, an die die Teufelsfrucht von Katharina Devon angelehnt ist. Deshalb sieht sie in ihrer Teufelsfruchtform aus wie ein Fuchs, welcher die Fähigkeit besitzt sich zu verwandeln. Na, entdeckt ihr die Ähnlichkeiten? Hiyori spricht nun zu Zorro und zum ersten Mal ist sie todernst dabei. Wenn dein Schwert wirklich Shuzui ist, dann gib es Wano zurück. Zorro schreit nur. Das ist mein Schwert. Hiyori sagt weiter. Als Gegenleistung gebe ich dir das Meitu Enma, welches meinem Vater gehörte als er noch am Leben war. Das legendäre Meitu Schwert ist an den Gott Yanlu oder auch König Enma genannt angelehnt. Er war der Herrscher des buddhistischen Totenreichs. Und die Kracherinfo schlechthin, die wir bekommen ist, dass eben dieses Schwert das legendäre Meitu Schwert ist, welches es geschafft hat Kaido eine Narbe zu verpassen und es soll wohl das einzige Schwert sein, das es geschafft hat. Dieses Schwert wird wohl sicherlich ein Drachenschwert sein. Wenn es schon so angepriesen und mächtig ist. Ein Königsschwert gegen ein Drachenschwert klingt ja erstmal nach keinem schlechten Deal, oder? Das Problem an der Sache ist nur, dass ich es sehr schade finde. Immerhin hat Ryuma selbst Zorro das Schwert anvertraut. Dies muss Zorro doch mal erwähnen. Vielleicht darf er es dann später in der Geschichte behalten. Oder er tauscht wirklich das Shuzui gegen Enma aus. Und später sein Kitetsu der dritten Generation ging das der zweiten. Ich freue mich auf jeden Fall schon mächtig auf das Kapitel morgen bzw wenn das Video hier draußen ist eigentlich schon eher heute. Ich hoffe auf jeden Fall ihr auch. Was haltet ihr denn von den Spoilern und was denkt ihr über den Fuchs und das neue Schwert Enma? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr diesem Video gerne einen Like geben und wenn ihr mein Kapitel Review morgen nicht verpassen möchtet, dann lasst einfach ein Abo auf diesem Kanal zusammen mit der Glocke und ihr verpasst es nicht. So einfach ist es. Falls euch bis dahin langweilig ist, klickt doch mal auf meine Playlist mit meinen OnePiece Theorien. Bis morgen wünsche ich euch wie immer bzw bis heute, naja auf jeden Fall viel Spaß und haut rein Ciao